reine pvp server bei mir schreibt jemand ich würde reine pvp server feiern so ein scheiß auch gar keinen sinn machen in dem game sag ich wie es ist wir hatten ja vorher den arena modus ein battle royale mit schiffen was meinst du hatten die das hier oder ja das hatten die das haben die rausgenommen weil es keiner gespielt wir haben den modus reingebracht der wurde am anfang gespielt und dann hat ihn gar keiner mehr gespielt ah klar wow wow alter das ist es von so was sie ja übel cool aus drängt aus piraten joho was ist da sind sie erst mal anlegen vor uns herum ist kein schiff na so gar nichts ja dann heißt es jetzt tauchen auf geht's da können wir noch niemals runter brauchen oder doch alter was wir müssen jetzt gucken da gibt es irgendwo ein alter was sie gar sieht das denn aus freien des ozean glücks warum haben wir unendlich luft alter du hast hier nicht unendlich aber du kannst hier sehr lange tauchen du kriegst ja wie so ein bach von dem schreien müssen gucken hier ist irgendwo ein eingang an den seiten habs hast du ein eingang oh ja da da kann ich rein wo bin ich ein fenster das sind auch nur fenster glaube ich warte wir müssen glaube ich weiter runter da muss irgendwo was sein da musst du so ein ding abschießen und dann kannst du da rein das fenster das fenster hier ne vielleicht kommt der reaper und frisst uns noch ein fenster hier die sounds vom reaper waren immer so creepy alter mich hat er nur ein einziges mal zum glück gegrabt ich habe alle reaper getötet die existiert haben ich habe echt jeden leviathanen in subnautica getötet jeden einzelnen hier kriegt man luft bei diesen blasen wir sind so korallen unten am boden da kannst du drüber schwimmen da kriegst du luft und auch so eine animation wasser gefunden ja meiner ist schon hier so am korallentruhe des seefahrers lohnt sich nicht oder muss so eine koralle finden die so richtig blasen und sich gibt ja ich habe eine gefunden einfach drüber schon dann kommt auch so eine abatmung oder so was ich finde es auch saustark dass der typ es schafft unter wasser zu essen das würde ich auch gerne können ich habe es nicht gefunden ich habe mir jetzt beide herum geschwommen und da ist kein einmal rum einmal rum da muss ja weiter oben sein der eingang es muss ja eingeben hundertprozentig wie geil sieht das denn da mit diesen fischschwärmen aus die da so lange schwimmen hier muss doch irgendwo ein eingang sein hier muss doch irgendwo ein eingang sein Okay, ich habe anscheinend hier einen Bug gefunden. So, mal Bugs finden. Das hier muss der Eingang sein. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen Satz Luft erst mal. Anders. Ja. Ich werde es weiter trinken. Das sieht auf jeden Fall auch aus wie ein Eingang, aber wir müssen irgendwas machen, um da reinzukommen. Kevin. Ja. Ich habe es gefunden, weil ich ein Macher bin. Okay, wo? Zu mir. Oh mein Gott, ist das schön. Warte, ich muss kurz hier einen Bug ausnutzen. Hier ist eine Scheibe. Wenn du da dran schwimmst, bist du im Trocknen und holst Luft. Okay, jetzt muss ich dich erst mal finden. Wo bist du denn hin? Ich bleibe hier am Eingang. Beweg mich nicht, bis du da bist. Ist der weiter oben oder unten? Ganz außerhalb und unten. Ganz unten. Du musst wirklich den Boden küssen. Guck mir nach unten. Okay, ich komme jetzt erst mal nach unten. War auch gar nicht so offensichtlich, ne, der Eingang. Das ist wirklich komplett am Boden, einfach. Der ist aber nicht außerhalb am Boden, sondern schon um diese Säule herum, ne? Ja, der ist schon in der Säule hier, wo ich hingucke. Okay, ich schwimme jetzt gerade hier drum. Das kann vielleicht ein bisschen dauern. Na komm, auf direkten Wege zu mir einfach. Oh mein Gott! Ich bin so anfällig für Haie. Ich bin wirklich sehr anfällig für Haie. Wenn ich vor was Angst habe, dann irgendwie Haie. Und, äh, Leviathane. Ah, Junge, wie erschrocken, Alter. Scheiße! Fick dich, Haie! Fick dich, du fickst dich jetzt! Ich wollte nur meinen Freund Kevin abholen. Mann! Es kann sein, dass ich hier gerade... Wo kommt der denn her? Ah, hier kriege ich nochmal einen Luftback. Also, ich schwimme gerade einmal komplett um das Ding rum. Jetzt habe ich dich noch nicht gesehen. Da liegt was im Wasser und glänzt. Ich hoffe, es ist ein Hai. Ein toter Hai. Äh, warum? Du bist ja noch weiter weg, als wir heute gefühlt. Äh? Du musst wirklich gucken, diese gigantische Säule einmal komplett rum. Ja, schwimme ich gerade. Ey, das hat sich aber gelohnt. Hier ist eine Korallenkiste im Wasser und so. Die habe ich vorhin auch schon gefunden. Da habe ich aber einfach nichts gemacht. Guck mal, ich habe unsere Flagge aufgelevelt, indem ich die einfach nur aufgesammelt habe. Und das ist eine Scheißkiste und jetzt lege ich die wieder ab. Boah, ist das schön hier drin. Ich fasse es nicht. Wo bist du denn? Mann, Kevin! Ich verzweifle richtig. Ich bin jetzt einmal um diese Säule geschwommen. Ich bin mehr geschwommen, als ich in Wirklichkeit in einem Jahr schwimme. Boah, ist das bald. Jetzt musst du es schwimmen. Ja, da ist er doch. Pass auf, hier ist irgendwo ein scheiß Dreckshai, Alter. Der hat mir mit einem bis Hälfte Leben abgezockt. Ey, ich habe links neben dir gestartet, ja? Ich hätte nur ein ganz kleines Stück nach rechts schwimmen müssen und schwimme links um die Säule. Ja, ich habe es doch gesagt. Ich habe dich doch hier gesegnet. Und du bist einfach einmal komplett rum. Guck mal. Oh, hier ist der Eingang. Ja, ja, das ist der Eingang. Guck mal, wie schön es jetzt hier aussieht. Guck mal. Ja. Erzähl es mir doch. Wow, oder? Richtig geil. Mega cool, Alter. Oh, wir müssen hier hoch. Ja, das sieht so cool aus. Wow. Und das alles mit so einem Comic-Look. Okay, irgendwas müssen wir hier machen. Das scheint ein Rätsel zu sein. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Ich kann es hier drehen. Geh mal drauf. Ah. Okay, und jetzt? Weiter geht nicht. Ich glaube. Vielleicht sollte man einfach nur hier rüber gehen. Ich glaube, warte mal, zieh das nochmal rüber. Ich glaube, wir sollen da einfach noch rüber gehen. Ich glaube, das ist ein Jump'n'Run und ich muss jetzt dann gleich hier irgendwo in den Hebel aktivieren für die Tür. Ja, kannst du einfach rüber gehen. Ja, warte mal. Und ich kann jetzt hier. Warte, warte, warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber noch nicht, oder? Ja, mach mal. Weil da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Bokosnuss. Das ist noch Donnerbombe. Zurück zu meinem Schiff. Guck mal, das ist eine Mähungfrau hier. Wenn wir uns zurück hoch teleportieren, merkt ihr das mal? Ja. Ich habe jetzt da so einen... Oh. Jetzt weiter. Ey, Kopf. Ich habe jetzt hier... So einen Dings umgelegt. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich... Hast du den nach unten gemacht, ja, ne? Ja, den habe ich nach unten gemacht. Hier so rüberjumpen wieder. Ah, warte, jetzt müssen wir mit dem Dings nach oben da. Mit dem Fahrstuhl wieder hoch oder was? Ja, genau. Geh du drauf, ich ziehe dich hoch und dann kannst du auf den Mast springen. So, und du musst es jetzt, glaube ich, mir die Tür öffnen können. Ich kann dir halt leider gar nicht helfen. Ich habe diese Hops genommen. Ach, da oben sind auch noch welche. Munitionskiste, sehr gut. Wer macht Stress, wo sind die? Ich knall die ein bisschen ab, ich habe hier eh unendlich Muni. Ich pin sie hier die ganze Zeit so frech. Ich kann hier auf jeden Fall auch noch einen Schalter runterbringen, ne? Irgendwas kann ich hier machen. Ja. Ich will den erstmal killen, wo ist der? Ist der bei dir unten? Es kann sein, dass der unten ist, hier, irgendwo. Ich weiß auch den. Eigentlich ist Korallenrelikt. Ich bring das Ding mir mal runter. Anker irgendwas. Die drehen sich da nur. Ja, das hätten wir zu zweit, glaube ich, machen müssen. Oh, nee. Aber wie komme ich denn dann zu dir hoch? Das geht doch gar nicht, oder? Ja, irgendwie müssen wir dich, glaube ich, hier hochbekommen. Ich glaube, das kannst du auch komplett alleine machen, das Rätseldinge. Bis jetzt kannst du ja auch jeden Step machen, außer dein. Ah, warte mal. Kann man bestimmt irgendwas runterbringen. Kannst. Ne, ne, warte mal. Geh nochmal zurück zu dem, äh, ich zudehne nochmal hoch den Aufzug. Ja, und da, zu dem Fahrstuhl, der da drüben ist. Genau, du, oh, scheiße, jetzt fahre ich runter. Du kannst da hinten an ein anderes Ding, dann kannst du den da von da bewegen und dann komme ich zu dir auch hoch. Aber wo? Du musst da irgendwie an den Korallen entlang, glaube ich, oder so. Oder kommst du da auf den, oh, der schießt von da oben. Oh, halblang, Kollege, schnischo. Kommst du da auf den Mast drauf? Ach, kacke, Alter. Komm nicht. Warte? Wer sei denn mit dir? Ne, auf den schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich kann es probieren, aber... Ach, doch. War sehr knapp. So, und jetzt kannst du den wahrscheinlich von da nämlich hier runter machen. Ah, siehste? Können wir beide da drüber? Nicht zu mir, nicht zu mir. Ja, ich wollte nur gucken, wie hoch das ist da. Kannst du Muni aufladen? Rechts. Hm. Das ist sehr geil, macht sehr Spaß. Jetzt haben wir jetzt auch gezockt. Ich dreh nochmal. Und den müssen wir erstmal zu uns rüberziehen wieder und dann... Dann kann da einer drauf. Oh, spring drauf. Tag, Michi, nichts, aber du bist mein Lieblings-YouTuber. Imagine being YouTuber, Alter. Warte. Oh, du hast... Was? Was war das? Du hast echt weiter gedreht, Bro. Nein, ich hab das angehalten. Die bewegen sich noch nach, wenn du das anhältst. Okay, krass. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz unten wieder. Ah, shit. Here we go again, Alter. Jetzt musst du da zurück und das Ding wieder hochdrehen. Dann hoffentlich hab ich den Sprung. Der Sprung ist ein bisschen eklig. Zum Glück bin ich unten ins Wasser gefallen, Alter. Sonst hätte ich den ganzen scheiß Weg wieder runter schwimmen müssen. Sehr gut. Am besten, wenn du gleich auf der Plattform bist, warte, du bist, wie ich die richtig angehalten habe. Weil die... Mhm. Der dreht sich von selbst dann so zurück und dann halte ich den an in dem Moment, wo die richtig stehen. Und dann bewegen die sich noch irgendwie nach. Ja. Pass auf, jetzt lass ich den nämlich... Siehst du, jetzt dreht der sich von alleine. Mhm. Du musst ihn sozusagen festhalten dann einfach, damit... So, jetzt halte ich den an. Passt das so? Ja, ja, das passt, warte? So. Und jetzt muss ich wieder so machen, ne? Sachen, wir waren stopp. Okay. Achso, ich bin schon drüber. Einfach gesprungen. Hier ist noch eine... Komm mal auf, Mann. Gold nehmen. Okay, nehme ich. Kasten mit antiquiertem Kaffee. Ehrloser Korallenschädel und... Versilberte... Oh Gott, Versilberte. Was, was labere ich? Silberte Korallentasse. Drei Sachen in einer Kiste. Ja. Kannst du die Kiste nehmen, oder wie? Ich lass sie da jetzt. Die Fässer leer. Immer nochmal einen Schatz gefunden. Und ein zerschlissenes Pergament. Gut. Geht's hier gar nicht mehr weiter, also sind wir da oben schon am Ende? Da oben ist noch was. Da ist jetzt noch eine Leiter, nur die Frage, wie komme ich da jetzt rüber? Ich glaube, vielleicht, wenn du das Ding noch drehst, dreh mal irgendwie. Warte mal, ich muss... Warte mal. Ja, safe. Safe. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte, nicht bewegen. Okay, jetzt dreh's mal in die andere Richtung. Ja. Weiter geht's nicht. Ich glaube, ich muss es zurück machen. Ja, dann dreh mal zurück. Kann ja auch hier lang gehen, theoretisch. Ein Stück. Wie wird denn drüben? Zurück zum Schiff. Hier ist noch eine März, wo muss ich weiter nach? Ja, der dreht von selbst. Aber da unten war doch noch eine Tür. Ich war wieder bei mir. Autsch. Also wir müssen auch hier irgendwie so eine Flasche finden oder so, weil auf dem links steht das. Suche danach im Schreien des Ozean des Glücks oder so. Wow, hier ist ein Big Boy. Oh shit, ich bin runtergefallen. Krampfi. Weißt du, ich hab keine Munition mehr. Oh my goodness, der macht Damage, Alter. Ich hab keine Munition. Wie soll ich den hier fighten da jetzt? Mich verarschen. Ich suche irgendwas, um die hier runter zu hochzuholen oder so. Oh my. Na? Was das Leben gekostet? Okay, der ist krass, Alter. Ah. Jetzt habe ich die Tür gefunden. Ah lol. Hä? Ach, und hier geht eine Leiter hoch. Wir können bei der Statue übrigens die Schätze einlagern. Dann kommen die hoch nachher, ne? Ich hab die einfach nur beim Shred besiegt. Krass. Ja, du kannst das Ding alleine schaffen. Du hast recht. Ja, das ist safe so ein Ding, ne? Dass man komplett alleine machen. Du kannst, ja, ja, du kannst das safe alleine machen, weil ich hab jetzt hier mir so eine Abkürzung quasi freigeschalten gerade. Oh, ich hab einfach einen Dreizack und damit kann ich einfach rumballern. Ja. Ja, der ist für Bosse ganz gut. Den sollte man eigentlich nicht so usen. Aber... Der ist ja Munition, oder was? Ja, ja, der geht nach einer Zeit kaputt. Warum kann man... Hast du den hier runtergedroppt, den Dreizack? Nee, waren ja mehrere, die wir damit gefühlt haben. Also wir können in die Statue, wenn du an die rangehst, mit eher Sachen einlagern, die wir hier plündern, so Schätze und alles. Echt? Ja, ja. Ach, toll, hätte ich das mal gewusst. Ja gut, wir können ja noch oben den Stuff gleich holen. Ja gut, wenn hier noch was ist. Guck mal. Noch was. Besser sind hier auf jeden Fall ein paar. Das ist ja richtig krach, ja. Wo höre ich denn das so laut? Weißt du gerade was? Gibst du da was? Ich? Ich bin hier gerade am... ...versuchen, da rüber zu kommen, zu dir auch. Was kannst du ansammeln? Eins von 20? Da stehen sogar alle Schätze, die hier sind. Nee, nee, ich glaube, das ist das Maximum, was du einlagern kannst in dem Ding. So, ich wollte schon sagen, also das wäre es ja gewesen. Oh Gott, oh Gott, sind hier viele Viecher. Oh nein, oh nein, oh nein, gebrochen. Krabben. Krabbler bezogen. Oh super, ich habe keine Munition mehr. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Das ist keine mehr Jungfrau. Schade. Geht's da oben noch weiter? Ja, ja, hier ist noch ein bisschen was. Ah, du bist hier? Ja. Ist einfach geschafft. Gut. Guck mal, ob du irgendwo Munition findest. So, so in der Box. Also hier ist eine... Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. ...arsenalkiste. Das heißt, also hier müsste eigentlich eine Munitionskiste doch in der Nähe sein. Ich glaube, das ist auch das Event hier. Wir müssen die Viecher jetzt die ganze Zeit besiegen. Ja, ja. Weiter geht's, komm. Die ganze anderen sind genau bei uns, ne? Ja, ja, das hört sich immer so an. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit geguckt. Ja, ich auch. Ach, die geht's noch höher. Ja, ja, hier. Ey, was ist das für ein Dungeon? Aua. Hier, Munitionskiste. Hier, wo ich bin. Na, sofort. Junge, mit dem Jump hast du ihn zersäbelt. Klar. Das ist aus, da. Du zichtest einfach durch ihn durch und dann zittert der einfach nur. Also hier ist so ein Anime einfach. Wie geht's noch, ja? Feuerrad benutzen. Was ist das für ein kranker Dungeon, bitte? Ja, ja, heftig. Ist ja auch ultra schön aus, einfach. Ist unten noch irgendwas? Hast du was abgecheckt? Warte mal, ich dreh das mal jetzt ganz... Warte, 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 zurück, zurück. Warte mal, zurück jetzt mal kurz. Ich denke, das wird sich gleich wieder drehen. Warte mal. Oder dreht sich das? Nee, okay, das muss man wirklich so. Ich glaube, man muss das so drehen. Hier. Ah, guck mal. Hä? Wollen wir noch einfach so rübergehen, aber hier ist... Ist das dasselbe? Nee, ist nicht dasselbe, oder? Nee, hier ist was anderes. Oh, es dreht sich jetzt wieder zurück. Was war das denn? Ich bin daneben gefallen. Dreht sich dann doch... Hä? Bist du das am Drehen? Ja, ja. Ach so. Warte, drehst du mal weiter? Ja, genau. Weiter, weiter. So, warte. Okay, jetzt bin ich hier. Kann ich hier hoch? Nee. Nee, aber ich dachte... Was ist passiert? Schon runtergefallen. Ich dachte vielleicht hier so. Hm? Ja, da unten ist nix. Also bei dem unteren, da... ...kommt man jetzt nicht zu irgendwas Besonderem, oder? Ah, warte, doch, da liegt was. Guck mal hier, Kevin. Kannst du wieder hoch? Geh mal da hoch, wo ich hingucke. Äh, warte, hier. Ja, da hinten liegt noch ein Schatz, wenn du mich jetzt rüberdrehst. Ja, hier. Hast du den nicht gesehen? Hier? Ja, genau. Den wollte ich jetzt holen. Ähm. Äh. Guckst du da? Ach so. Genau. Da oben ist auch irgendwo, glaube ich, eine Meerjungfrau gewesen, oder? Ja. Ja, genau. So. Korallenschädel. Zack. So, wo ist die hier? Ist hier eine? Echie. Hier, hier, hinter dir. Komm vorbei. Ach so. Ach da. Total versteckt. So. Meine Idee, das wird auch Safecall funktionieren, bleib mal an dem Ding dran. Ja. Ah, 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 nicht bewegen. Ach so. So, ne? Jetzt bewege. Jawoll. Stopp. So. Spawn schon noch auf jeden Fall was. Unten ist wieder was gespawnt. Unten sind wieder diese Viecher. Geht's bei dir da noch weiter? Ja, ne? Geht's hoch. Ja. Ja, du kannst das auch wieder drehen. Warte, ich springe da jetzt drauf, dann kannst du mich gleich drehen. So. So, jetzt. Der Sound von den Viechern so schlecht. Oder warte mal, lass das mal so stehen. Ah, okay, ich bin drüben schon. Schon da. Alles gut, was wird's? Du, äh, man muss, also man kann das, anscheinend immer so drehen, dass man da auf jeden Fall perfekt hinkommt, wo man will, so, ne? Lass mal, lass mal. Geht's da weiter? Da hinten geht's auf jeden Fall nochmal lang. Uh! Ist nicht gesprungen. Oh, da ist eine Kante, deswegen. Ich bin auch gegen die gekommen. Warte, hier kommen wir easy rüber. Das müssen wir nicht so machen, so. 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 Oh. Vielen Dank.